Mein Name ist Martin Permathier und für alle, die sich für das Thema Haltung interessieren, haben wir ein Poster zusammengestellt, das man sich kostenlos bestellen kann. Und das zeigt, wie wir Haltung zum einen während unserer biografischen Entwicklung entwickeln. Wie wir eigentlich die Haltung wechseln, als Fünfjähriger sind wir anders als als Achtjähriger, als Zehn- oder Zwölfjähriger. Aber diese Art von Denkräumen begleiten uns unser Leben lang. Das heißt, sie wirken sich auch darauf aus, wie wir führen. Führen wir wie einen Diktator oder sind wir wirklich auf Herzenshöhe mit unseren Mitarbeitern zusammen? Dann kann man auch mit dem Blick drauf schauen, wie sind eigentlich Teams organisiert? In welcher Haltung kommen die zusammen? Und es sind natürlich schematische Vereinfachungen, die so ein bisschen karikaturenhaft sind, aber sie geben so einen Indikator, wo stehe ich mit meiner Haltung als Team und wo wollen wir vielleicht hin? Also was sind auch Dinge, die dieses Neue möglich machen? Und was sind vielleicht alte Denkweisen, die das Neue verhindern? Am besten lässt sich das oft bei den eigenen Beziehungen erkennen, weil da erleben wir uns in unserer größten Komplexität. Wie mal einer sagte, die Wahrheit ist morgens am Frühstückstisch unter Stress. Wer sind wir dann? Sind wir dann ein cholerischer Partner oder bleiben wir dann einer, der weiß, naja, der andere ist ein autonomes Wesen und nicht eine Wunscherfüllungsmaschine oder die Verlängerung meines Selbst. Was auch immer ganz schön ist und viele Leute auch entlastet im wahrsten Sinne, ist zu sehen, wie wir diese Haltung auch vielleicht durch den Tag mal wechseln. Mal regredieren wir, da sind wir meistens in unserer Gewohnheitshaltung und mal probieren wir was Neues aus, erweitern unsere Haltung. Gehen vielleicht in neue Felder, wo wir sagen, das kenne ich noch nicht so. Ja, das ist für mich neu, ist vielleicht für mich neu, mich emotional zu öffnen, neu von mir und meinen Gefühlen zu erzählen. Aber ich weiß, wenn ich das tue, erfahre ich mehr über mich und der andere erfährt mehr über mich und man kann sich einen größeren Raum gemeinsam erschließen durch die Erweiterung der eigenen Haltung. Ich hoffe, Sie finden Inspiration in diesem Poster oder auch in unseren Videos auf unserer Webseite Haltung entscheidet. Danke.